Sehr geehrte Mitbürger, vermissen wird die 14-jährige Michaela Sikorova. Unsere Micha ist verschwunden. Was? Hauptmann der Einer, Kriminalpolizei. Hatte Misha Kontakt zu Jungs aus dem Erziehungsheim? Warum fragen sie? Das Bürgermeister-Töchterchen verdrückt sich mit einem aus dem Heim. Misha! Ich will nicht, dass jemand das erfährt. Was sagt dir Misha Sikorova? Ist irgendwas los mit ihr? Ich stelle hier die Fragen. An dem Tag, als ihre Tochter verschwunden ist, wo waren sie da? Na! Lassen Sie mich raus! Ich muss raus! Was ist denn passiert? Was ist das? Ja, lass mich raus! Ich bin der Warte. Eh, dass du... Ich bin der Warte. Ich bin der Warte. Oh, nein. Ich bin der Warte. Untertitelung des ZDF, 2020